So. Also ich finde ja, die halten viel zu viel aus. Da kam er an. Okay. Noch einer weg. So. Jetzt machen wir das mal ein bisschen... Okay, nee, dem renne ich jetzt nie hinterher. Alter. Du Sau. Insbesondere will ich auch nie die Boots aufsammeln, weil ich bin mir noch nie so sicher... Ach, da. Ah, da ist ein Mega-Health. Okay. Da ist schon mal einer weg. Okay, das müssen wir uns merken. Da oben ist noch ein Mega-Health. Das können wir dann vielleicht gebrauchen. Ah, da hinten ist einer runtergefallen. Machen wir kurz speichern. Holla. Okay, weg war er. Der hat gesessen. So, mein Lieber. Gut. Wo? Wo? Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Nee, von da hinten kommen wir. Wahrscheinlich wird er hier links sein. Drei. Vier. Fünf. Oh. Drei. 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 Shit. ich frage mich ja ich sollte den wahrscheinlich vorher ins visier nehmen ok ok gut das hat sich auch erledigt Gott sei Dank Halleluja so da schauen wir doch mal warte mal warte mal warte mal so hier gibt es auch noch Boots ok hier haben wir schon mindestens schon mal den Shield Belt einen Normal Armor ein Mega Health so das ist schon mal gar nicht so schlecht jetzt würde ich nur noch gerne ich überlege gerade brauche ich das überhaupt schau mal hier oben Amplifier wäre nicht schlecht alles andere brauchen wir ja eigentlich nicht so so gucken wir mal alle ok haben wir den wieder voll die Taschendampe brauchen wir auch nicht mehr weil wir haben ja jetzt die gute so so hossa alles klar sind wir jetzt voll ausgerüstet ich befürchte ich befürchte dass uns das nicht viel nutzen wird klop Ich glaube, wir hätten rennen sollen. Ui. Ja, ich denke, das war keine gute Idee, das Ding kaputt zu machen. So, gehen wir das doch nochmal aus. Hilfe! Ich muss hier weg. Scheiße, das war die falsche Richtung. Ei, 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 ei. Eie, hu. Hä, hä. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal, wo wir hier noch hinkommen. Halala. So. Eins kann ich auf jeden Fall versprechen. Das geht jetzt schon straff. Aufs Ende zu. Oh, machen wir doch gleich nochmal eine Speicherung. Ah, ich hab's geahnt. Haut ab, ihr mistigen Biester. Ich kann euch echt nicht leiden. Okay. Jetzt sind die ganzen... Äh... Okay, ich könnte jetzt hier runter. Ich will aber eigentlich gar nicht da runter. Ich schau mich erst mal hier oben um. Okay. ganz schön finster ist es hier, muss ich sagen. Okay, also ich höre was, aber ich sehe nichts. Verdammte Axt. Ach, du heilige. Ich glaube, den lasse ich erst mal. Soll er mal machen. Ich gucke mir mal hier hinten noch an, was unten an dem Fahrstuhl zu finden war. Wahrscheinlich auch bloß wieder kleines Gesocks. Ach, du kacke. Okay, den Shieldbelt, den brauchen wir erst mal noch nie. Okay. Einer weniger. Bin ich denn hier? Wollen wir hier schon mal? Ja, doch. Irgendwie, das kommt mir bekannt vor. Ach, das ist hier vom Anfang gewesen, als wir auf das Schiff gekommen sind. Boah, irre. Okay. Ne, da sieht man nix. Geht das hier noch? Gut, das geht sogar noch. Boah, da guck ich. Okay, 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 okay. Oh, scheiße. Okay, hier sind überall. Ja, das ist reine Sicherheitsmaßnahme. Ihr wisst Bescheid, ne? Okay, hier ist auch nix mehr. Hm, lecker. Okay, hier ist auch überall keiner mehr. Gut, naja, eher nicht gut. Das heißt, die verstecken sich irgendwo anders hier in dem Schiff. Ah, ja. Okay. Also für die Kleinen nehme ich am liebsten die Auto-Meg. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Boah, verdammt. Okay, okay, okay. Boah. Weil man mit der am besten zielen kann. Bloß das Umschalten zwischen den Waffen. Na. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier waren ja die Teleporter drin. Ich habe mich recht entsinne. Boah. Alter Schwede. So. Boah. Okay, okay, okay. Ich erinnere mich irgendwie immer an an die an die Facehugger von Alien. Oder war das Half-Life? Ach, egal. Da ist alles von Alien geklaut. So. War ich denn jetzt? Ach, von hier drüben kam ich. Da hinten ging es ja nicht weiter. Hier kam ich jetzt auch nicht weiter durch. Ganz schön dunkel. Gut, dann runterfahren ist nie. Okay. Hier oben gab es eigentlich nichts weiter, außer dass ich da hinten durchkam. Und der Button geht auch nie mehr. Okay, dann schauen wir mal hier. Oh, die Tür. Die klemmt ein bisschen. Dann gehen wir vielleicht mal außen rum. Und hier. Boah. Äh. Wird mal kurz gespeichert. Ah, der funktioniert noch. Boah, der... Also... Da... Muss ich ja mal ausnahmsweise sagen... Äh. Das hat sehr gut funktioniert. Oh, scheiße. Alter. Alter. Okay. Okay. Uiuiuiuiui. Au, aha. Mach dein scheiß Schild aus. Okay. Gehst du wohl? Bleib mir fun mit deinem Schild. So. Das kann ich überhaupt nicht haben. Uiuiuiui. Mann, 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 Mann. Oh, ich hab's gefürchtet. Ich hab's befürchtet. Wo seid ihr? Sind die da hinten durch die Türe durchgekommen mit? Und der hoffentlich letzte. Das hätte ich es gewusst. Ja, das hätte ich es gewusst. Oh, ja. Spring runter. Passt schon. Da. Gehst du mir von? Mann, 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 Mann. Insbesondere das ekelhafte Gequietsche hier im Hintergrund. Das macht die Sache nicht unbedingt angenehm mehr. Ah. 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 Okay. Ich spiel mir ein bisschen Munition ein. Das helft. Lassen wir mal noch stehen. Und ich erinnere mich. Ja. Das ist mit Sicherheit das Biest, was da runter gesprungen ist. Okay. Noch eins. Okay. Jetzt ist gut, oder? Wow. Ein bisschen durchatmen hier. Hui. So. Ja. Na, das Heft, das lasse ich mal noch stehen. Komm ich hier. Komm ich hier. Ja. Hier ist aber nix. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wah. Shit. Wow. Okay. Ey. Der hat doch seine Waffe gewechselt. Das ist ja unglaublich. So. Ich überleg grad. Hatten wir nie noch irgendwo ein Shield Belt rumliegen? Hallo. Hallo. Was? Alle? Boah. Shit. Hab ich das gewusst, ey. Naja. Boah. Verdammte Axt. Das wird mir das Genick brechen. Ach, Dreckverfluchter. Wo bist du? Boah. Aua. Verdammte Axt. Okay. Dann nehmen wir den mal doch. Ach. Ich wusste, dass mir irgendwann die Flak-Munition ausgehen wird. Aber nein. Natürlich im entscheidenden Moment nicht dran gedacht. Und zack weg war sie. Dann fährt er auch mal wieder runter. Scheiße. Ich komm nie mehr zurück. Hilfe. Ich muss doch aber. Oh. Ah. Oh. Flak-Munition. Okay. Hä. Ne. Komm ich nie ran. Äh. Hier hoch. Hier rüber. Okay. Also ich muss doch hier runter. und ohne Ammo auskommen. Und ohne Ammo auskommen. Äh. Ohne Ammo meine ich. Boah. Alter. Gerade nochmal rechtzeitig entdeckt hier. Ich hab mich ja wieder voll weggeballert. So. Okay. Da hin. Das ist ein ganzONGes. Genau. Oh. Und jetzt, vorbei hab ich doch. Oh. Was kann man denn ankommen sein? Ach. Ja. Dieses ekelhafte Geräusch, das macht mich Körrer. Ok, 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 wir müssen nicht mal um die Ecke rum. Da kriege ich die Krise. Das sieht mir noch ein bisschen gefährlich aus. Da erkunde ich hier lieber noch mal ein bisschen die Gegend. Na gut, hier geht es nicht weiter. Ich sehe schon, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich da eh gleich rein muss. Geht es auch nicht weiter. Dafür haben wir ja noch ein schönes Tierchen aus seinem Versteck gelockt. Ok. E... E...